Letztens war ich mal wieder live und da kam tatsächlich eine interessante Frage auf, ob denn dunkelgeröstete Kaffees jetzt besonders viel Koffein hätten. Wollen wir erstmal drüber nachdenken. Kann das denn eigentlich sein? Es ist ja so, dass von Hause aus die Rohkaffeebohne Koffein enthält. Und zwar ist das letztendlich zum Schutz der Pflanze. Also die Pflanze produziert dieses Koffein, um sich eben vor Fressfeinden zu schützen, also sprich Insektenfraß etc. Das ist also so eine Art chemische Waffe der Kaffeepflanze, um einfach das Überleben zu sichern. Und jede Pflanze produziert jetzt unterschiedlich stark Koffein, je nachdem wie und wo die letztendlich wächst. Das heißt also Hochlandgewächse zum Beispiel brauchen deutlich weniger Koffein, weil sie da weniger Fressfeinde haben. Deswegen sind Hochlandkaffees tendenziell Koffein-armer. Je tiefer ich jetzt nochmal so in die tieferen Regionen gehe, wie zum Beispiel beim Robusta, wo ich jetzt nicht ganz so hoch anbauen muss, weil diese Pflanze einfach robuster ist an sich und mit den klimatischen Bedingungen besser klarkommt, die bildet besonders viel Koffein aus, weil eben da auch mehr Fressfeinde sind letztendlich. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass der Koffeingehalt sich nicht verändert, sagen wir mal, durch das Rösten. Ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, ob diese Aussage tatsächlich auch so stimmt, denn ich mache ja letztendlich auch eine Reduktion des Gewichts. Also das Volumen wird zwar größer beim Rösten, es verdampft auch Wasser. Somit wird die Bohne in sich natürlich auch leichter, aber das Koffein ist letztendlich in diesen Kaffeeölen gebunden und somit kann man wirklich sagen, dass durch das Rösten zum Beispiel jetzt nicht mehr entsteht, sowieso nicht, wenn dann maximal eine Idee weniger, aber ich weiß gar nicht, ob es da wirklich signifikante Messwertunterschiede geben würde, wenn man das jetzt mal genau untersuchen würde. Oftmals, sage ich mal, hat man vielleicht den Eindruck, dass also dunkelgerüstete Kaffees irgendwie, ja, einfach mehr Gehalt an Koffein letztendlich haben. Das ist aber eher so eine subjektive Wahrnehmung, je nachdem, wie ich die natürlich auch zubereite und ja, welche Röstung ich da letztendlich verwende, hat das einfach eine Vollmundigkeit. Also gerade beim Espresso zum Beispiel hat man ja mal so den Eindruck, dass es besonders viel Koffein drin ist. In Wirklichkeit ist es ja so, dass also beim Espresso der niedrigste Koffeingehalt einfach festzustellen ist, weil es geht halt immer um die Verweildauer des Wassers im Kaffeemehl. Das sind in der Regel 25 Sekunden. Da wird dann natürlich deutlich weniger Koffein ausgespült, als jetzt zum Beispiel beim Filterkaffee oder bei der French Press. Und am krassesten ist es natürlich dann beim Cold Brew, wo ich also wirklich zwölf Stunden lang das Kaffeemehl mit Wasser beaufschlage und dann da besonders viel Koffein ausgespült wird. Also abschließend kann man sagen, nein, durch dunkle Röstung habe ich definitiv nicht mehr Koffein im Kaffee.